Du musst ein bisschen aufpassen mit dem, ne? Das ist kein Stofftierchen. Tja, ich muss jetzt erst mal ein Blattchen schicken. Nein, das ist zu klein. Du hattest doch gerade noch... Geh rein! Den, den da neben dir. Ich glaube der ist groß genug. Hier, Carina, den Igel kannst du da rein. Dann nimm den raus! Wir haben einen raus zum Beispiel, der hier so übersteht. Hey Björn, da ist kein Platz mehr. Grüßtige! Achtung! Hier ist noch eine Truhe. Carina, warte! Mach die hier rein! Guck mal, der rollt sich richtig zusammen. Guck mal, seht ihr, wenn die sich zusammenrollen, dass sie die Stacheln dann so nach außen stellen? Dann mach nur das obere. Dann werden die plötzlich spitzen. Dann werden die plötzlich spitzen. Dann werden die plötzlich spitzen. Ja, aber die haben richtig durchgepischert. Hier liegt noch ein Regenwurm. Na, das können wir noch lassen. Genau, gib ihm den Regenwurm. Kannst du zu den zwei machen? Haben die Arbeit das schon gesehen? Was? Ja. Die können sich an der Weihzeitung wenigstens nach groß. Ja. Der Regenwurm, der hat seinen... Wir können sich hier an die Küche reinmachen, dann können sie wenigstens nach hau. Hat er denn schon auch gefunden, oder? Ja. War so schlimm. Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Ah, schön. Das ist ein bisschen weg. Ja, aber... sk